Was hast du denn gefunden? Zeig! Geil! Ich wusste es! Heilige Scheiße! Wow! Da hättest du sie mal herfallen gelassen, die scheiß Flasche. Geil, wir haben ein Boot! Cool, hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah, ist das Spiel geil! Nur mal so am Rande. Während keiner was sagt. So, wie jetzt in diesem Augenblick. Und in diesem. Und in diesem. Wie geht's Omid? Omid ist okay? So gut wie kann man erwartet, unter den Umständen. Ich habe, was ich für ihn konnte. Ich habe die Wälder geprüft. Aber er hat eine wirkliche Infection. Ein Fäber. Ohne Antibiotika, oder? Wie gute Nachricht. Wie gute Nachricht. Wie gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, das Boot ist sehr sehr wert. In ziemlich gutem Form. Wie viel. Das ist die schlechte Nachricht. Die Gas-Tank ist leer und ihre Batterie ist tot. Wir müssen beide verabschieden, bevor sie uns in den Platz nehmen. Sie verabschieden. Sie verabschieden alle Gas-Tank. Sie verabschieden alle Batterie. Es gibt nichts mehr da draußen. Du hast das für dich selbst gesehen. Sie ist richtig. Also, wie geht's dieser Crawford? Siehten wie sie haben alles, was wir brauchen. Vielleicht sollten wir da versuchen. Jetzt, warte mal. Sicher müssen wir da versuchen. Wenn es Menschen gibt in dieser Stadt, die noch leben, die noch haben, die noch haben, die noch haben. Wie kann es das tun tun? Fass mich. Du kennst nicht diese Leute. Ich mache. Du kennst mit einem Mann verabschieden. Du könntest mal eine Neuse auf den Kopf nehmen. Sie haben nicht genau die Kinder mit den Beinen öffnen. Was ist das für ein Ort? Der schlimmste Ort? Aber ich sehe nicht welche andere Wahl wir haben. Und wie genau du denkst, dass wir das tun tun? Weil, von dem ich gehört habe, das Ort ist nicht wirklich freundlich. Oh! Ja, das ist das System, das unter dem Crawford läuft, wie die dritte meiner Hand. Sie haben nicht eine Mappe. Ja, eigentlich. Ich denke, ich kann uns durchführen, damit wir über den Perimeter und direkt in den Zentrum, wo sie sie verabschieden haben. Wir kommen direkt nach ihnen, nehmen sie mit Überraschung, holen sie was wir brauchen, und rauskommen, bevor sie sie überhaupt wissen, was sie hat. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist besser. Ich habe gedacht, über das vorhin, aber ich hatte nie die Menschen, die es zu tun haben. Aber ich denke, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann könnten wir es wegziehen. Und was willst du? Für all diese Hilfe, die du uns gegeben hast? Crawford hat nicht nur das, was du brauchst für das Boot. Sie sind auch mit Medikamenten, Medizin, die meine Leute nutzen können, nur wie deine. Wir können das tun. Wir müssen das tun. Wir müssen das tun. Also, es ist entschieden, wir gehen nach Crawford? Wir können das tun. Ich weiß es. Ja, wir können. Wir sprechen wirklich ernsthaft? Ich meine, was ist das Risiko? Ich weiß nicht, aber ich würde lieber eine Chance machen, etwas zu machen, als einfach zu sitzen, hier zu warten, zu sterben. Das Boot da draußen ist eine Beobachtung. Wir müssen einfach ein bisschen weiter. Du bist in oder aus? Was? Na los! Korrekt, Alter Mann! Ich habe gesagt, dass du in deinem Raum bleiben musst. Wie lange hast du da? Ja, es wird gefährlich. Ja, es wird gefährlich. Ich will nicht, jemand anderes sterben. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Das musst du verstehen. Ich glaube, ich sollte bereit sein. Oh, sag was jetzt? Ich glaube nicht, dass sie dort sind. Und hier war... und, du weißt, er könnte versuchen, mich zu schmerzen. Kann ich nicht mit dir kommen? Okay, du kannst kommen. Aber du musst dir sagen, dass du ruhig bleiben musst und genau was du sagst, die ganze Zeit, wir sind da. ich werde bereit sein. was ich gefunden habe, in der Garage. Hatchet, Hacksaw, ein paar andere Tools. Das könnte kommen in handy bei diesem kleinen Break-In. Nice. Kann ich mit dir sprechen? Was ist das? Ich habe noch einen Blick auf das Boot. Sie ist eine 30-footer. Also? Also? So, wir haben ein Problem zu haben. Die Größe nicht mehr als fünf Menschen, sogar mit einem einem Kind. Ich? Du? ich habe mich jetzt voll erschrocken, ey. Ich dachte schon, jetzt kommt Walker. wie? Wie? Je mehr umso besser, wir brauchen sie nicht. Auf einmal will der laufende Brie-Käse uns helfen. Ah, ja. Genau Kenny. Danke. Wenn... Jetzt haben wir was richtig gemacht. Guter Junge. Ein ganz guter Junge. Ein ganz feiner Junge. Alter, was jetzt noch alles kommt, ey. Ich bin da richtig gespannt. Das sollte es sein. Wir sind genau unter dem Zentrum von Crawford. Die alte Schule sollte direkt vor uns sein. Okay, Leute. Das ist es. Erinnern den Plan. Wir gehen hart. Wir haben ihn mit Überraschung. Wir holen was wir brauchen und rauskommen. Wir müssen das schnell machen. So, alle bleiben scharf, bleiben alert und bleiben nahe zusammen. Versteht's? Und das Teil, um zu bleiben nahe, geht das für dich. Jetzt wird es interessant. Du kannst nicht einen guten Blick über die Kälte auf. Was du nicht sagst. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt passiert. Ich bin ja alle. Es sollte sich die Kälte aufpassen. Es sollte sich die Kälte aufpassen. Du bist entschuldigt? Es ist einfach verrückt. Ich denke, ich sehe einen. Over da, bei der Tür. Okay. Ich und Kenny werden diesen Mann rausnehmen. Auf meinem Signal, die resten von uns folgen. Jeder hat das? Okay, Kenny. Wir machen das ruhig. Keine Fertig. Keine Fertig. Keine Fertig. Na gut durch. Keine Fertig. Ich werde dir nicht wieder sagen. Was zur Hölle? Was macht ein Walker hier drin? Geh rein, schnell! Verdammt! Was zum Geier! Jetzt halten mich voll erschrocken, ey! Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Oh, ich habe sie ganz vergessen. Jetzt mal. Was ist daran gut? Everyone in Crawford was smart and they had guns. Now they're dumb and they don't. Hey, trying to look on the bright side here. Da hat er allerdings recht. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time Walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Ja, halt besser die Klappe. Ja, halt besser die Klappe. Ja, der Junge ist so dämlich, ey. Ich habe bei dir ein schlechtes Gefühl. Ich habe bei dir ein schlechtes Gefühl. Oh. Sag nicht, wir müssen da rein. Just keep moving. Zum Glück, ey. Here. Looks okay. Everybody in. Jetzt mal gucken. Die Hasenfuß-Taktik. Und jetzt? Hier ist doch nichts. Ach so! Verdammt! Oh! Looks like they were using this room as some kind of command center. Okay, so now what? Where do we start looking?